Disharmonisch so klingt, unser Name, drum fragen wir sie möglich. Hier vorne die Damen, lassen sie uns sofort und gehen sie reich spüren. Warum sollten wir jeder bei ihnen zu brechreitun? A Cappella war ja auch nur unsere zweite Wahl. Alles andere, wozu pleite uns war jedes Mal. Wir sind die Disharmonismen, dazu uns rollen auf. Denn wir sind hier Disharmonist, A Cappella-Töne bringen wir Disharmonist. Und auch unsere Lieder machen meist was her, Disharmonist. Unser Publikum, das tobt, wir nennen mal mehr. Bei Deutschland sucht den Superstar, war alles schnell vorbei. Disharmonist, A Cappella-Töne. Disharmonist, A Cappella-Töne. Und auch unsere Lieder machen meist was her, Disharmonist. Und auch unsere Lieder machen meist was her, Disharmonist. Und auch unsere Lieder machen meistens unser Publikum, das tobt, wir nennen mal mehr. Der Typ in dem grünen Bläser, die Freundin von dem ist das Beste, was sich da schickt. Aber weißt du, was ist bei dir? Ja, also wir haben uns sicherheitshalber mal kritischen ausprobiert.